Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Na, können wir dich mal lieber um den Einträg machen? Ich könnte auch mal einen Hund rauswerfen. Das könntest du natürlich auch tun. Du könntest nur einfach anpacken und selber rauswerfen. Ja, pausieren mal kurz. Hib hoch und werfen raus. Los! Warte, ich muss mal das Set-Set abgeben. Das haben es dir gesagt. Alter, das ist heute noch dran. Ja, komm! Wenn du hier mein Kabel mitreißt, ich töte dich. Na komm! Aber so rief ich nicht so. Na komm! Der Hund dreht gleich durch und er... Na komm! Aber komm raus! Komm, ich geh raus! Komm! Komm! Da, ganz klein! Da! Da! Ups! So! Oh nein, endlich! So, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben einen Hund erfolgreich aus meinem Zimmer verbannt. Er wurde nervig. Und jetzt kann man endlich... Ja, endlich! Endgegner hier! Ich weiß doch noch nie, wie wir den töten, oder... Also, warte mal, da spricht doch was. Du musst einen Weg finden, dich hier zu nähern! Nein! Du musst einen Weg finden, dich hier zu nähern! Ja, mit welchen? Was kann man den benutzen? Achso, hier gibt's. Ich spüle ihn zu. Dann können wir das machen. Ha! Okay, das bringt mir viel. Dann haben wir noch einen Rollstuhl. Äh... Hier, guck! Oh, guck mich näher an, verdammt! Ah! Oh, da kommt wohl! Hab's jetzt... Ah, verdammt! Nein! Spring! Wehre dich nicht! Es wird bald zu Ende sein! Hä? Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ah! Verpiss dich! Alter! Ich scheiße! Wehre dich nicht! Es wird bald zu Ende sein! Ich weiß jetzt nicht, hat das was gebracht... Ah! Nein, 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 nein! Alter, hör auf dich zu poppen! Verpiss dich! Verpiss dich! Nein! Nein! Ja, ist halt wieder gut! Ich hieß noch nie, ob das was bringt! Ich war besser, mal zu springen, ey! Wehre dich nicht! Gib dir und muss besser leben! Wurde denn! So! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ah! Verpiss dich! Ja, jetzt kann man mal schön trottern hier! Komm hierher! Komm! Los! 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 Bisschen Zeitabläuven! Da oben sind's! Die Anzeige, die grad runter geht! Ah! So, gut! Was war's jetzt? Ja! Sehr ungünstig! Ah! Du bist ein Narr, dass du Samael verbraust! Komm! Verpiss dich! Oh, Alter! Oh, Alter! Was denn? Ich muss mich rollen! Ich komm jetzt mal wieder runter! Oh, ja! Alter! Das ist ein Käse! Halt es still, Kleiner! Oh, ja! Flieg weg! Flieg! Äh! Ich kann schon jetzt fliegen! Flieg! Schöne Fliegen! Hat's jetzt? Ja! ja komm ist gut nervig das ist immer blöd, du kommst an, triffst die, dann portet die dich auf einmal hinter sich wo sie denn jetzt, ich merke nur meine Kontrolle die ganze Zeit vibrieren oh ne, da wo ist er, ha ha, ha ha ja, wo ist er ja ach, ich hab jetzt nicht kraterlich komm, komm, komm komm, komm komm, komm komm Das ist nicht mehr so. Ich hab's nicht mehr lang. Ne ich hab's nicht mehr lang. Ähm ich krieg ihn hier. Was ist denn das hier? Soooo. Ah cool. Äh hallo? Ich hab's nicht mehr weg. Hallo. Wow, was hat es jetzt irgendwie nur geparkt? Ach die nochmal neue? Dankeschön. Wie nett. Ich will das Herz haben verdammt. Hallo. Du sollst dich nicht dort festhaken. Ich weiß nicht wie machen die Witze. Ok das wird so. Aua. Hä? Huah. Äh. Kaputt. Aber du sollst nicht in die Wagen werfen. Hopp. Es riecht doch. Wann war's das? Ich muss was trinken. Schlückchen nehmen. Alter. Guck dir mal deine Tonspur an und meine. Meine ist immer gleich. Und deine ist immer. Ab und zu mal. Man sieht du. Man sieht du. Ich rede die ganze Zeit. Sieht man richtig. Das ist richtig wie. Wie. Ja. Bei dir die ganze Zeit immer nur so. Da sag ich mal was. Da ne. Da sag ich mal wieder was. Äh. 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 Das wird schwer. Gegen die. Hallo. 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 Ich will die Truhe. Ich will leben. Ja. Besonders für den Endgegner. Besonders für den Endgegner. So. Jetzt reine ich wieder rein. Ohne Risch. Leben. Vorhin hast du volles Leben ne. Am ersten Versuch. Ach ne. Warte ich doch auch nicht. Ja. Da hatte ich heute die Truhe. Davor. Warte auf. Ist natürlich jetzt blöd. Ja. Ich hab ja jetzt schon zu blöd. Also das haben die jetzt blöd. Das haben die blöd gelöst. Fack. Ah. Fack. Ach. Das riecht mich ja trotzdem. Du bist ein Narr das du Sahmer irgendwo taust. Da ist sie noch ganz in Ordnung zu treffen. Jetzt wird sie schon blöder. Komm. Ah so schnell kommst du gar nicht weg. Das teleportieren hat weg. Ja ne. Ich kann doch gar nicht gucken manchmal. Sie spielt mit dir, Reiter! Erledige sie! Nein, nicht! Es wird bald zu Ende sein! Wo ist er? Ich kann die Reihenfolge noch nicht vorher aussagen, was sie jetzt machen wird. Ich weiß nicht, ich kann sogar nicht hinterher zu gucken und dir das zu merken. Aber das läuft jetzt etwas besser, muss ich sagen. Wo ist er? Ah! Ja, ich verstehe leider! Ich bin nicht früher, ich hab mal keine Stimme von der Welt. Das würde mich mal interessieren. Wo sie denn? Ich würde dann die Nacht nochmal anschauen. Ja. Das Video. Wärmt, ob sie schneidend. Genau. Okay, dann kommen wir gleich. Die Weile dauert nicht. Hallo, wo bist du? Oh! Scheiße! Nicht zu langsam. Ja, komm jetzt! Mach dich vom Acker! Was ist das? Ja! Alter, steh! Warte, steh! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte, warte! Okay. Weil wir haben ja viele Herzen. Ah! Mittlerweile. Oh, haben wir es bald mal. Wir sind jetzt. Ah! Kette. Wurde wieder eng. Ich bin schon wieder neu empfangen. So, jetzt hab ich eigentlich ganz gut getroffen. Jetzt muss ich das noch... Ah! Ich muss drinnen rausfinden, wie das funktioniert. Und dann... Ich weiß nicht, ob ich was ich machen muss. Soll es klappen. Ah! Jetzt hat es geklappt. Ah! Das hat für uns einfach noch nicht richtig geklappt. Ja, scheiß. Ah! 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 Hat nie viel gefällt von. Zwischensequenz. Das musst du lernen. Denk dran. Bei dir musst du das wieder machen. Ah! 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 Ahhh! Uhhhh!! We haben das. Herz! Von der strengen Mutter hier. Wen Sie grad weg ist. Glaubst du. Er lässt dich lange genug Leben, um etwas davor zumamen? Ja. Und jetzt werden wir es sehen, was dann halt passiert. So. Jetzt? Ja, Herz ist auserwählen, das haben wir schon clownes. Und maturity medicina. Sollen wir noch mehr leben? Und jetzt? ach so ein balkenmeer quasi ja so einen totenkopf mehr jetzt hängst du da ach so warte mal da geht es aber da ist eine tür die wir jetzt gefunden haben endlich kommen wir aus diesem loch hier raus jetzt nicht abkacken ja 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 klasse genau naja jetzt können wir unser pferd wieder rufen haben wir ja jetzt auch mittlerweile kriegs fährt habe ich endlich mal bekommen können wir nämlich durch diese landschaft schneller ich kann sogar schießen dabei ich weiß nicht mehr wo ich schneller ging was a das fährt gefällt mir war es b nee was w nein ach so r b das fährt ist geile mir gefällt du tods fährt wenn das aus dem boden rauskommt ja deswegen hast du ja ein pferd deswegen hast du das pferd dann gefunden weil das ist ja doch ein stück ja eben und mit dem kann man nämlich dann über die säen teilen mit dem riesen wurm hat man glück das war glücklich buch ach das war mit dem ja hier war ich ja schon wenn ich eine karte hätte wo man ja die truhen findet könnte man gleich hier gucken aber stimmt das wird mit dem mit dem mit diesem land vom da das habe ich ja schon lang hier wir sind hier müssen wir wie soll sieht nach rechts nach rechts nach rechts ja da wird immer naja das mit dem wurm das war nervig aber nicht nervig wie mir das spinne das war nervig ein gemein wie ganz ich bin ein gefällt ist das schwert wenn das so rot ist aber gar müssen was das für andere legendäre teile sind wir machen mal eine schnellreise ich habe keine lust so weit zu lauten außerdem können wir erst mal oben gehen dann können wir ein schlangenloch benutzen so was kurven wir denn haben irgendwas neues ach ja artefakte haben jetzt gab es erst mal geld schön asche haben wir schon so ich benutze eh kaum aus für die klinge benutze ich erst recht äh für die sense weißt du das erst mal geil wir haben die sense und jetzt ja die senden benutze ich überhaupt wirklich wenn dann benutze ich die handschuhe oder mein schwert habe ich schon kaum benutzt hier verbrennung oder steinhaut weiß ich nicht benutze es kaum aber man kann die kreissäge immer machen so und jetzt kann man reisen wir wollen da hin endlich jetzt geht es weiter da haben wir ja das spiel fast durch was ist ja hoffentlich hallo das ist ja müssen wir jetzt bei wie lange nehmen wir jetzt auf eine dritte stunde schon das ist schon die 35 36 37 folge mittlerweile gerade die hier läuft der wies wie ich rendern gern also das wird nachtlofen das beim pc macht ein bildschirm aus lasst ihn laufen und rendern morgen früh da wird es bestimmt schon ein weniges färb sein ich weiß nicht ob ich es morgen ob ich es heute schon rendern oder morgen weil morgen habe ich ja dann eh und zuhause bin frei und dann kein druck da habe ich ja kein druck deswegen werde ich das werde ich das eher so machen er werdet ihr das am die erste folge wenn man werdet nicht sehen kommen wir haben ein pferdchen freitag denkst du freitag ne weil wenn du morgen renn doch ja ich renne da ja das hochladen ist ja auch noch eine sache rennen ist wie youtube gerade kacke ist und verpasst euch hier warum muss es denn geht nein wir sollten ja eigentlich das die herzen suchen um dort hinten hinzukommen in den turm naja mal sehen was jetzt passiert jetzt hast du alle herzen so ich habe mir schon sorgen gemacht dass du nicht überlebst um deinen teil des geschäfts zu erfüllen gib es mir du hast mich über die auserwählten belogen sie haben niemals den turm bewacht wen kümmert das unser abkommen drehte sich nicht um historische geschichte ich habe dir den turm versprochen und du wirst ihn bekommen hat es die vergnügen bereitet mir zu verweigern was mir rechtmäßig gehört da meine kräfte nun wieder hergestellt sind bin ich fast wie ein gott ich könnte das mark aus deinen knorren saugen ehe du es merkst ich könnte aber auch ich habe einen kodex an den ich mich halte abgesehen davon kannst du über das gleichgewichten und ein lächerliches gesetz sagen was du willst ich erkenne einen rache feldzug wenn ich ihn sehe und rache kann ich respektieren und was die details meines rückzuges betrifft nun mir gefällt die gesellschaft nicht mit der sich mein herr abgibt warum hast du den zerstörer herausgefordert samuel bring deine reise zu ende weiter dann wirst du verstehen schon bald du vertraust ihm wer weiß wohin uns dieses portal bringen wird wir werden uns wiedersehen gut hast du mir jetzt mitgelesen noch ich auch man muss sich ja wenigstens man muss ja wenigstens was so passiert ja wenn man schon keinen ton hat dann wenigstens mitlesen ich könnte ja ton machen ich könnte dann hören aber du nicht und das willst du ja bestimmt auch nicht mir gefällt das hier vom so dämon schlangenloch mäßig hier lang ich habe eigentlich gedacht das baut sich auf aber ja das war ein bisschen scheiße gerade hallo das baute sich genau dort nie auf wo schlangen lief es ist ja hier nicht die kleine ecke hätte sich wohl aufbauen können das hat doch nicht wirst du ja nicht du dir das ein bisschen was ihr es heißt oder